Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Aufgabe erledigt. Expelliarmus! Konfigo! Konfusion! Expelliarmus! Konfigo! Wieder mal auf Abenteuertour? Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarder zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte vor... Ich verstehe, Professor. Gut. Sie müssen die Zauberstabbewegung... Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Die Zauberstabbewegung Gut gemacht! Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Die Zauberstabbewegung Die Zauberstabbewegung Die Zauberstabbewegung Die Zauberstabbewegung Die Zauberstabbewegung Untertitelung des ZDF, 2020